Augustin Dieufort Und nun noch weiter Ein Krieger wie du wäre sehr nützlich für unsere Sache Bei allem Respekt Ich diene einer anderen Bruderschaft und gab ihnen mein Wort, so schnell es geht zurückzukehren Jedoch nur die Aiwa wissen, wann das sein wird Bis dahin teile ich dir Unterkunft und Waffen mit dir Vielleicht gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam Was brauchst du? Rekruten, befreite Sklaven Wer Krieger ist, kämpft mit mir Der Rest, bilde die Gemeinschaft, für die wir kämpfen Pti ta pti, was so für so nie Ich denke, ich kann euch helfen, eine Zeit lang Wie Pti Pashish Ich sorge dafür, dass du belohnt wirst für das, was du geben kannst Fang bald an Es gibt viel zu tun Oh, jetzt haben wir aber eine schöne Wummer Sehr schön Ja, komm, fortsetzen, mach hin Ja, ja Äh, nee, beenden Komm, mach hin So eine Donnerbüchse Ja Sehr nice Jetzt erst mal hier Munition kaufen Okay So, guter Mann Was hast du denn im Angebot eigentlich? Äh, nur Munition, sagst du Äh, ein bisschen scheiße, ne? Naja, okay So, Annett, bitte füllen Ja, danke, dafür Einen Dank Komm bald wieder Hast du nicht noch irgendwas hier? Äh, Beutel Machete Eine andere Machete Die ein bisschen mehr Schaden macht Und dann müssen Dafür müssen wir eh irgendwie Nur Sklaven befreien Also kein Geld Donnerbüchse Hat er nichts Neues? Ein Beutel Oh, kostet ja gar nichts Cool Ja, dann Nehmen wir die mal uns mit, ne? Kein Ding Einfach kostenlos Ist doch nett Nochmal Munition hier Kaufen wir für alle Tiere schnell hier Berserkerpfeile voll machen Wurfpfeile auch komplett voll Ja, danke So Und dann könnten wir endlich mal weiterziehen Nach Port Oh, Prince Keine Ahnung Bestimmt habe ich das total bescheuert Bis zum Mädchen Ich bin ja ausgesprochen Aber Wayne So Donnerbüchse Mehrere Ziele kann man damit erwischen Das ist natürlich geil Okay Ich weiß wie man die ausrüstet Man kann auch zielen Okay Interessant Und Bäm Jawoll Gleich mal vier einfach down gemacht damit Ja Ja Die woman geht echt gut ab Die hat was drauf Keine Frage Jetzt müssen wir hier ein paar Maroons Präkotieren So Die Kiste nehmen wir dann doch mal kurz mit Ich weiß im vorigen Part wollte ich die nicht mitnehmen Und jetzt nehme ich sie mit Aber die ist jetzt noch näher gewesen Und von daher Nehme ich denn auch noch die mit Äh Jetzt sage ich Nö, nö Küsten Ach, wat Nö Und jetzt so Küsten, ja Nehmen wir mit Komm Auch so bescheuert Ey Naja Sowas geht mir eigentlich auf der Karte hier ab Also die Mission können wir auf jeden Fall schon mal nicht starten Wir müssen ein paar Plantagen glaube ich dafür befreien Ja, dann machen wir das eben Schnell mal Denn bevor wir das irgendwie nicht erledigt haben Können wir die nächste Mission nicht starten Naja So Weil die auch gerade so schön da sind Können wir die auch gleich mal mitnehmen Ja, zack Aber kein Ding Hi Und Befreien Oder auch nicht Ist der geil drauf Alter Ja, die einfach mal total ins Wasser da stoßt Und der andere hat irgendwie darauf überhaupt nicht reagiert Also die Wache oder wer das auch immer ist Oh, war das geil Hat er echt viel Schönes Einfach mal so umgestoßen Der hatte dicke Balls auf jeden Fall Der Sklave Moment Da hätte ich doch Einen kleinen Plan Mal gucken, ob er aufgeht Ah, der Typ guckt auch Hä Er guckt doch gerade nicht hier hin Warum wird der Pfeil so angezeigt, dass er hier hinguckt Verarschen Oder was Ich würde halt erst mal gerne die Typen da unten anledigen Und dann den Und dann halt die Aber irgendwie werde ich hier gerade auch schon anvisiert Na komm Machen wir es jetzt einfach hier So, zack Ja toll Mach halt einfach keinen Doppelattentat Ist natürlich auch sehr schön Wenn du es einfach so machst Warum denn nicht Aber die anderen haben nichts bemerkt Von daher ist alles in Ordnung Diese Sklaven hier sind die besten Diese Sklaven hier sind die besten Seht euch diese Arbeiter an Das sind nur die besten Und zack Hab ich euch je schlechte Ware verkauft? Nein, such nicht weiter Und geht down Du Pisser, du Du auch Und du sowieso Du miese Stück Sehr schön Hilfst du nur noch deinen Brüdern und Schwestern Alter, was willst du da von mir? Geh mich auf die Eier Oh, Kollege Mann Abflug Weitwurf stoßen Oder was Was hat er? Okay Na, alles klappt Okay Machen wir das nochmal Ich hab nichts gesehen Ihr habt auch nichts gesehen Ja Wir vergessen es einfach wieder Okay Okay So, jetzt aber Zweiter Versuch Mach mal hier nicht gesehen Ich regel das So Zack Da komm Down Mach hin Aber die aushalten Alter Das war ein Handy Oh Na komm So Alter Greif an So Schöner Ding Du auch Und du ebenfalls Jawohl Und du sowieso Gut Befreien Befreien Und den Nehmen wir mit Wieder Niemand verdient so etwas Den Juten Äh, wo lang? Wahrscheinlich einfach hier lang, ne? Ja, schaut gut aus Ist ganz schön weit, ey Mann, 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 ey Ach hier lang Scheinbar Ah, sehr schön Danke Das werdet ihr nicht bereit Keine Ursache Ja, dadurch kriegen wir Drei Befreite Sklaven Und zwei Rekrutierte Maroons Ja Jetzt bräuchten wir Aber noch neun Stück Sind hier noch irgendwie Befreiungsaktionen am Start? Ja, da ist ein Gefängnis Ja, ich weiß, ich könnte eigentlich auch rein Deutscherweise einfach so eine Plantage Säubern Aber erstens wüsste ich nicht, wo die ist Und zweitens Dauert es viel zu lange Das geht ja auch recht schnell Ne, ich wollte den eigentlich plündern hier Jetzt kommt der dran hier So Und befreien Hab Vertrauen in dich Was geht jetzt ab? Äh, da kann ich noch was machen hier Machen wir dann mal eben Ja, zieht sich gerade etwas hin Aber naja, so ist das halt Da müssen wir jetzt durch Da müssen wir durch Mein Lieben, Freunde Oh ja So Jetzt bist du dran hier, Kollege Geht Down Er wollte erst noch jener Greif an Du kleiner Pussy Du So Du bist auch down Oder auch nicht Können wir es dann Eben Und jetzt So Sehr schönes Ding Na komm Mach auch mal ein Nickerchen Und den müssen wir wieder mit uns schleppen Boah, Mann Dann machen wir das eben mal Schleppen wir den mal ein bisschen mit Ja, Mann Das dauert immer so lange Boah Mach hin Ad Mach hin Komm Sprint Bisschen schneller Ach, das ist ja schon da Sehr schön Hat ja doch nicht so lange gedauert Du hättest das gleiche getan So Jetzt fehlen uns noch drei Ah Ah Da Guck mal Das ist noch ein bisschen Party Ah Ja Zack Ja Sah nicht so stylisch Bisschen geht es mir aus Aber Gern geschehen Hat seinen Sinn schon irgendwo Erfüllt Sag ich mal Da oben Bestrafung Na komm Dann befreien wir noch die Sklaven da oben Und dann haben wir es geschafft Die Kiste könnten wir jetzt eigentlich Rein deutscherweise ganz kurz mal mitnehmen Dauert den Schlangen So Haben wir das auch geschafft Und dann kann es ja weitergehen Ich bin gespannt Irgendwie Ob Adi hier Noch eine Waffe kriegt Und geschafft Es ist noch nicht vorbei Ein falscher Weg nebenbei Kann das sein Ja Definitiv falscher Weg Äh Sollen wir jetzt eigentlich noch die Mission machen Äh Schweset nicht Ne wisst ihr was Ich werde ab hier erstmal Diesen Part beenden Und dann sehen wir uns Beim nächsten Part von Assassin's Creed 4 Black Flag Schreiner Freiheit Das dealt sie Bis dahin verabschiede ich mich Mit einem Schakalaka Motherfucker B Temple B B Missouri Bis zum nächsten Mal.